Herzlich Willkommen zu einem Video, wo ich ausnahmsweise mal gleich nichts sagen werde, wo ich einfach nur das Bild für sich sprechen lassen möchte. Ich möchte einfach nur vorher sagen, wie gar mal geil ich es finde, dass ihr mich so die letzten Jahre lang verfolgt habt und auch die letzten Wochen oder die letzten Tage, wo jetzt auch die letzten Abonnenten dazugekommen sind, bis ich dann die 600 erreicht habe. Und wie gesagt, ich hoffe, es geht so weiter und ich habe eigentlich keine Worte für das, was passiert in den letzten drei Jahren. Ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet, dass ich jemals so viele Abonnenten haben werde. Und es soll sich wirklich jeder von euch persönlich angesprochen fühlen, weil 600 Abonnenten jetzt einfach vorzulesen, das würde einfach zu lange dauern. Das werde ich vielleicht bei einem anderen Spendschirm machen, wenn ich so verrückt bin. Aber jetzt erstmal, lasst das Bild, soll das Bild für sich sprechen, manchmal sagen Bilder mehr als tausend Worte. Danke. Bis zum nächsten Mal.